Leute, ich habe so Bock auf eine Fortnite-Runde jetzt. Was ist hier denn? Warum wackelt das alles so? Ja, Leute. Jetzt gibt es einen Ausfall. Ja, Leute. Wir müssen hier schnell hingehen und versacken, Leute. Was sind die Sachen hier, Leute? Wir gehen jetzt hier hin und werden hier... Mir wurde hier gesagt, genau, die Waffen müssen wir hier alles suchen, Leute. Wir müssen aber hier was suchen. Genau hier ist das, das versteckt. Das versteckt die Leute. Hier müssen wir kurz reinprogrammieren. Nullpunkt. Ja, nullpunkt. Okay, wir haben alles einprogrammiert, Leute. Alles zerstört. Schnell weg, die Leute, schnell weg. Das hat jetzt wahrscheinlich jeder gehört. Ah, Leute. Oh, Leute. Wir müssen hier jetzt ganz schön weg. Alles wird richtig krass werden. Sie werden schon noch sehen, die Online-Review, was sie jetzt haben. Ha, 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 ha. Ja, Leute. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Aber, Leute. Ey, was geht ab, Leute? Ich komme gerade nach Hause, Leute. Ich habe ganz viel gemacht, Leute. Und ja, jetzt gehen wir gleich mal. Ich habe voll Bock, mir eine Runde Fortnite zu zocken. Warte, warum sind denn meine ganze Türen offen? Okay, Leute. Ich rede aber. Habe ich heute vergessen, die Türen zu schließen, bevor ich heute Worten ausgemacht habe? Achso, okay. Dann, Leute. Ich spiele jetzt erst mal eine Runde Fortnite. Eine Runde Fortnite. Was? Ein Problem? Leute, ich habe hier hinterher. Leute, das können wir mal wegbauen. Kann ich eh immer nur alles kaufen, Leute. Hier. Hinterher habe ich was versteckt. Einen geheimen Code, Leute. Und den muss man alles. Das muss man halt machen. Weil das wird richtig nice. Okay, Leute. Ich freue mich noch auf meine Runde Fortnite. Okay, dann gehe ich mal. Ein Problem? Was ist denn da für ein Problem, Leute? Warte, ich gucke mal kurz auf mein Dings. Da steht alles über Fortnite drauf, Leute. Ob da irgendwas ist, Leute. Weil das kann doch nicht sein, Leute. Ein Virus hat sich in Fortnite eingefangen? Hä? Warum hat sich ein Virus in Fortnite eingefangen? Da steht, wenn ein Virus ist, muss man in ein Portal gehen. Und das Virus reparieren? Leute, ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Wir müssen die Menschheit retten. Also in Fortnite. Wir müssen Fortnite jetzt retten. Puh. Werde ich das schaffen? Ich versuche es. Okay, Leute. Oh. Ich werde dich retten, Fortnite. Ich rette dich. Wir werden alles machen. Da unten ist das Portal, Leute. Pum. Die ganze Existenz zerstört. Ich verfehle, von dort zu verschwinden. Ich tue jetzt, was wir schon von Anfang an hätten tun sollen. Ich gehe zu den Sieben. Wir haben einen einabgelegten Präferat unserer Inmesserung. Nein! Das brauche ich doch. Ich erwischt. Ich hab dich. Ich arbeite für uns. Gehen Sie nicht zu den Sieben. Don't, don't, hallo! Ich werde dich nicht zu den Sieben. Es wird alles gut. Komm schon, komm schon. Unglaublich. Es hat funktioniert. Okay, ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu trauen, aber... Oh nein. Warte mal, beruhig dich, beruhig dich! Genno! Ich bring dich zu Genno. Und die Schwestern? Ich kann alle holen. Aber ich brauch deine Hilfe hierbei. Das ist der Deal. Vorerst. Oh, das ist sehr bekannt. Also renn an, Zwerg! Damit kommen wir zurück. Lass mich das nicht bereuen. Mach den in der Schleife bereit. Wir haben nicht viel Zeit. In der Schleife? In der Schleife? Wir kommen, Leute! Ja, ich bin kommen. Ja, Brudi. Da hast du mich gerufen. Ich bin da. Ja, ich will jetzt da in der Regel. Was ist hier passiert? Nullpunkt! Was hast du uns angetan? Was hast du mit dem Nullpunkt gemacht? Das war ich nicht. Es gab... So viele Fäden. Ich weiß nicht, ob ich das operieren kann. Aber wir gehen nicht auf. Wer sagt, dann was von aufgeben. Bereithalten. Wenn der Nullpunkt jetzt mal aufblüht, gibt es kein Zurück mehr. Ich wollte eine ganz neue Runde vor dem Spiel. Jetzt rette ich einfach... Oh! Was ist hier passiert? Ich rette jetzt hier... Portale! Ich rette hier gerade Fortale. Oder was ist hier los, Leute? Oh Gott. Sollten sie schließen, oder? Ja. Ja, verstanden. Sind schon dabei. Ja, schießen müssen wir sie. Komm, schieß sie! Gut. Gut. Die Instabilität wird nur noch schlimmer. Vorsicht vor den Realitätswellen. Realitätswellen. Wir bleiben fachsam. Realitätswellen können alles was abreden. Nein! Okay, Leute. Es hat uns trotzdem getroffen. Scheiße. Ich bin ein Schmetterling. Nein! Ich bin ein Schmetterling. Ich soll das jetzt machen. Ich bin ein Schmetterling, also. Nein! Oh mein Gott. Nein! Da musst du wohl ran. Ich muss ran. Ich muss das schaffen. Und du Arme. Rückweite. Du musst diese Fortale für mich schließen. Schaffst du das? Ja, okay. Mach das. Natürlich schaffst du das. Ja, ich habe versucht zu schaffen. Mach das! Agent, schau uns hier. Von oben nach unten arbeiten. Ey. Okay, nach oben. Von oben nach unten. Schaffst du das? Ja, wir haben das Erste. Realitätswelle! Aber wunderschön. Heute guckt er jetzt dran. Oh! Rift, Rift! Oh, shit! Leute, Leute, hier! Wir falten gerade Leute! Wir müssen lösen, wie an den Ärgern vorbeikommen! Realitätswelle! Ich bin der Huhn! Der Huhn! Auch gut. Ich bin ja einfach ein Huhn, ne? Fantastisch aus! Ja, ich weiß es ja nicht mehr. Bis jetzt hier. Portale schließen. Aber jetzt sehe ich ihn zum ersten Mal. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich halte hier nicht endlos durch. Achtung! Ich bringe uns zum dritten Portal! Okay, ja, wir machen das so ganz schön. Ich habe noch nicht sieben. Huuu! Also, diese Wolfe sind neu, oder? Wow! Wow! Gut gemacht, wir gehen. Schauen Sie! Wir müssen uns beeilen. Ja! Ich glaube, wir müssen uns echt toll beeilen, Leute. Realitätswelle! Realitätswelle! Jetzt bin ich ja auch noch ein Mädchen. Na toll! Die Realität mag mich wohl nicht. Ja, mich wahrscheinlich auch nicht. Was? Was? Das passt doch nicht zu mir. Wie sieht's da oben aus? Das ist so viel. Ihr müsst weitermachen. Nur noch eins übrig. Halt durch! Oh nein! Helikopter! No! Ey, wir! Realitätswelle oder sowas? Oh! Ja, wir reden in die T-Zwelle, Leute. Bühner! Was macht ihr denn hier? Das wären alle! Ich glaube, wir haben's geschafft! Wie beim Eintrocknen. Mein Gott, das ist so schön, Leute, oder? Der nächste Schritt ist sehr wichtig. Alles okay da oben? Ach du Scheiße! Jetzt sieht aber nicht mehr so schön aus. Ich kann es nicht aufhalten. Aber ich könnte die Explosion eintenden. Er schließt sich ein. Nein! Du musst das nicht tun! Nein, mach das nicht! Du stirbst doch! Nein! Wir können doch eine andere Lösung finden! Du musst das nicht tun! Tu das nicht! Das ist das nicht! Danke, Herr Thorne! Das ist hier! Kristalle! Oh! Holy moly macaroni, Leute! Oh mein Gott! Schaffen das! Okay, Leute! Boah! Nein! Okay! Schnell auffassen, dass es niemand hier, dass es das nicht bekommt. Mein Gott! Nein! Also hier runter gut! Boah, mein Schmetterling, du! So! Nein! Geht's dir gut? Gens, schau und zieh! Nein! Wir haben nur diese eine Chance! Du musst den Nullpunkt versiegen und das Gerät überladen! Das Gerät überladen? Dann stecke ich in der Schleife fest! Wir werden uns zurückkämpfen! Wenn sich alle was passiert, geh nicht auf! Ich werde dich finden! Und du wirst mir alles erzählen! Ich geb dir mein Wort! Was passiert jetzt mit mir? Okay! Und los! Nein! Du stirbst!